Ein Chamäleon. Es kann sich tarnen, indem es seine Hautfärbung der Umgebung anpasst. Und sein Ziel anvisieren mit Augen, die es unabhängig voneinander bewegen kann. Seine Zunge ist ein Fernmenkgeschoss, das mit über 15 Metern pro Sekunde auf seine Opfer zurast. Und das aus völlig heiterem Himmel. Untertitelung des ZDF, 2020